ja hallo leute willkommen zu einem neuen video ihr seht ihr seht wieder meine fratze ja dieses video hat deswegen diese aufschrift weil ich mich aus youtube erstmal ein klein wenig zurückziehen möchte ich habe irgendwie in letzter zeit so eine phase ich habe nicht wirklich lust auf zocken was heißt aufs zocken aufs aufnehmen könnte man eher sagen aufs zocken schon ich zock weiterhin tierisch gerne auch ich habe jetzt keine softbox ich da ist kamera da ist monitor ihr seht es alles hell das ist nur durch ein fenster da draußen und ja es ist einfach super schönes wetter ich gehe auch viel raus momentan nicht wie im winter wo ich halt mehr am rechner dann hocke da vorne ihr seht das nicht ihr denkt jetzt ich zeige auf dem laptop aber tue ich nicht ja ich habe halt keine lust auf youtube momentan und ich sage mal so es bringt auch nichts wenn ich die ganze zeit hier hocke irgendwie videos mache am ende sieht das dann richtig scheiße aus und da habe ich einfach keine lust drauf soll ich schon was ordentliches sein ja deswegen bis auf drei videos in der woche andere machen eins in der woche ich mache drei wenn ich keine lust habe ja das ist minecraft das kommt weiterhin montags donnerstags und mittwochs weil das ist eigentlich so das einzige projekt wo ich erstens sauviel spaß dran habe zweitens wo ich schon mehrmals gesagt habe das will ich das wird ein projekt das ist von der ersten stunde von meinem kanal bis zur letzten stunde ist es dabei und drittens weil ich einfach hyperka nicht zumuten kann dass der jetzt drei tage in seiner woche ausfüllt das ist aber so gesagt nur die kleinste sache wirklich das größte was 98 prozent sind dann einfach weil es mir mega viel spaß macht ansonsten bis auf die drei videos die regulär kommen werden vielleicht ab und an mal andere videos kommen vielleicht nur mal als let's play today vielleicht nehme ich mal eine runde simcity auf wir werden sehen also stelle ich darauf ein dass nicht jeden tag ein bis zwei videos kommen von mir wie es mit devplayer aussieht weiß ich nicht ja ich hoffe ihr nehmt es mir nicht zu übel im winter wir haben jetzt den 28.05.2014 jetzt ist sommer sommer anfangen schönes wetter alles mögliche ich probiere allerdings wieder so oktober november dass da wieder mehr videos folgen wie gesagt weil ich dann auch eher hier drin bin was allerdings auf jeden fall folgen wird auch in kürze ist eine room tour weil ihr seht vielleicht das dahinten das war alles noch gar nicht und hier der hintergrund hier die wand halt da vorne ist auch was anders ich zeig dahin ins fenster und nicht mehr rüber ja room tour folgt ich hoffe ihr nennt es mir echt nicht zu übel ja das war es dann eigentlich hier